Der Tiergarten Schönbrunn sucht wieder freiwillige Helferinnen und Helfer. Es gibt viele Bereiche, bei denen sie uns unterstützen können. Bei manuellen Tätigkeiten, wie das Reinigen im Besucherbereich, in der Aufsicht, beim Badenstand und beim Leiterwagerlverleih. Besonders wichtig ist uns das Besucherservice. Dazu suchen wir Menschen, die gerne mit anderen Menschen in Kontakt treten, die freundlich und zuverlässig sind, geduldig und teamfähig. Ich bin seit dreieinhalb Jahren freiwillige Mitarbeiterin im Tiergarten Schönbrunn. Im Team zu aktiv. Warum mache ich das? Weil ich so gerne im schönsten Tiergarten der Welt bin. Und es sind so nette Besucher. Ich kann ihnen Fragen beantworten. Ich helfe ihnen, wenn sie mit einer Karte kämpfen. Und ich freue mich, wenn sie sich darüber freuen, dass wir für sie da sind. Ich bin Mitarbeiter vom Team Zoo aktiv im Tiergarten Schönbrunn. Ich mache das ehrenamtlich in der Pension. Ich mache einige Tätigkeiten, die Freude machen. Ich lerne da Leute im Kollegenkreis kennen, Besucher. Das Ganze ist schlichtweg eine Bereicherung im Pensionsleben. Das Ganze ist schlichtweg Untertitelung des ZDF, 2020